So, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben auf der, äh, was für ne Wache? Rettungs-Schwimmer-Wache-Tour? Aber auch egal, ich würde sagen, guck mal was wir an Quests bekommen und machen wir weiter. Erstmal guck ich was in dem Lama drin ist. Ja, und dann nimmst du wieder deine Drinks zu dir. Und in dem PC. Und in der Dose. Und die Drinks, damit du groß und stark wärst. So wie sein B. Und den... Maybe there's something in here. Ist noch ne Pudel. Ich würde jetzt die Pudel nicht nehmen. Ja, gut, ich behal die Pudel. Weil ich geh jetzt mal unten. Ja, ich red mal mit dem Typ hier, der hat irgendwas. Ja, ich red mal mit dem Typ hier, der hat irgendwas. Ja, ich red mal mit dem Typ hier, der hat irgendwas. Ja, das ist nicht schlecht genug. Ja, wir haben die Quest schon mal angenommen gehabt. Und der Mike, der will Benzin haben. Oh, ich bin immer mal auf dem Weg. Ich könnte noch mal... ...es Quest hier reinmachen. Da, Tankstelle. Was immer so rennen ist. Ja, wieso nicht? Bleibst du zumindest in Form. Du hast es nötig. Was ist denn da? Was ist denn da, was gegen mich zu sagen? Oh, Zombies. Die Pudel ist schwach. Mache ich da was falsch oder warum überlegen wir das wieder? Auf dem Kopf hau. Mach ich doch. Dann machst du es nicht richtig. Seife. Ein paar Flaschen eben zerstört. Ich hab Seife gefunden. Ja, dann kannst du dich endlich mal duschen gehen. Sagst du, hm? Weil, ich hab erst geduscht. Oh, ich nehm dann mal das Ersatzzell hier noch. Wenn du nicht tot. Was machst du denn nur? Ich geh halt nicht so schnell. Schrei mich nicht an. Was? Der da. Dreh doch erst ein. Oh. Mit E. Naja, jetzt hat sie keinen Kopf mehr. Achja. Die ist schon tot. Was machst du? Bei Totenläuchen. Links. Danke. Das ist schon wieder kaputt. Was haben wir denn jetzt noch? So ne Puddel. Guck mal wer da vorne steht. Und so sein Kaffee anbieten will. Einen Kaffee? Wie nett. Warte ich komm gleich. Doch, das klang für mich nach ner Kaffee Einladung. Bei dem hier. Ich will Kaffee. Auf jetzt. Gib mir Kaffee. Kaffee. Hier ist meine Fußhole mit. Der. Ich. In. Hundescheiße getreten bin. Ok, ich kann nicht mehr. Jetzt tritt's doch noch in der Hundescheiße. Eieieie. Oh. So ne dicke. Warte. Jetzt sagst du gleich noch mal was. Uff. Warte, jetzt sagst du gleich noch mal was. Uff. Ja, ich kann zumindest treffen und jag dich nicht in die Luft. Das war aber knapp. Stell dir vor, dieses Bein wäre ich gewesen. Jetzt hättest du mich ernsthaft verletzen können. Das finde ich nicht in Ordnung von dir. Nö, Zombie hat dich weggehauen. Von daher. Was bringt das, wenn wir hier drauf hüpfen? Gar nichts. Er war so aus Spaß. Ich will das aus. Na gut. Vollstand. Yeah, kein Trick. Ich hab mich nächster Eck gefunden. Ja? Ach, das ist bei jedem. Ich hab grad gemerkt, dass hier in Leeds Big Dead Island steht. Auf den Nummern schildern. Ist mir vorher nicht aufgefallen. 1,5,7,4... Die haben ja wirklich... Alle selbst Nummern schild. Ja. Der. Der hat mich jetzt grad erschreckt. Passiert. Boah, jetzt häng ich hier auch noch fest. Fressen. Nix da. Mich gibts jetzt zum Frühstück. Mich gibts jetzt zum Frühstück. Nix da. 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 Ich hab momentan keine... Nix da. Nix da. Egal. Schlagen uns mit den Fäusten durch. Wie man's halt normalerweise macht. Man sollte doch nicht auf Frauen schla- Und... Ja. Frauen schlagen, gell. Und zwar wenn die Ausnahme eintritt, dass eine Seite des Bauches fehlt. Kein Ersatzteil. Doch, ich hab eins. Du hast eins? Ja, ich hab eins. Da haben wir doch noch ein bisschen was bei dem gefunden. Verbände. Schmerzzappeln. Geld. Das Inventar ist voll. Mein Inventar ist doch nicht voll. Wo kommen wir denn hier hin? Wir sind hier wieder. Ein Entridge-Wings. Und da auch. Darum hab ich das Gefühl, dass dieser Typ gleich aufsteht. Oder der da drin gefällt. Lassen wir's aufstehen. Nee, Dicke. Gibt nix. Halt, ich würd immer einmal Tretrause dann eigentlich zum Taumeln bringst. Oder ich nehm das Messer. Das Messer macht wesentlich mehr Schaden. Wir sind jetzt aber mal ein bisschen vom Weg abgekommen. Welcher Weg? Der Weg. Zur Tankstelle. Der Weg, der kein leichter sein wird. Genau. Oh, Fußball! Yay. Yay. Egal, ich hab jetzt was sonst aus hier zu gehen. Nein, geht nicht. Schade. Danger. High Voltage. Keep out. Das Messer gefällt mir. Das macht schon viel mehr Schaden. Schleichen. 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 Und dann ist er tot. Ach, hier durch. Oh, nochmal so'n schöner Pool. Ui. Juhu. Hallo. Haha. Hier stehen alle auf. Was hast du nur gemacht? So, jetzt sind alle aufgewacht. Hinter dir. Au. Au. Die Lady kann aber kurz zutreten. Ne, zuschlagen. Ich will aber euch nicht helfen. Gibt's hier überhaupt einen Eingang? Nein, das ist die Tür die da zugestellt ist. Oh. Doch, von hinten. Hier sind Zombies. Was denn? Was denn? Was denn? Hä? Wo ist die hin? Da. Läufst du vor mich? Nein. Ach, noch ein Rohr. Wie schön. Du hast den Mülleimer nicht durchsucht. Da waren Lappen drin. Wow. Vielleicht brauchen wir irgendwann einen Lappen. Ich bin so sorry, Tim. Ich bin so... sorry. Geh mal rein. Ich will auch. Ich will auch gucken. Es tut ihm leid. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier nichts mehr machen können. Du warst nicht du. Ich wusste nicht was anderes zu tun. Ach so. Jesus Christ. Ja, wenn man in der Mitte trifft, dann kann man sogar die Türen mit einem Mal aufmachen. Ist auch cool. Oh, hier hinten. Ich brauche einen Dietrich. Och man. Hab ich aber nicht. Kann man nicht auch schnell angeln? Ach, wie oft denn noch? Es tut ihm leid. Ja, da geht mir auf die Nerven. Wollen wir gehen? Wir haben ja noch eine Mission zu erfüllen. Ja. 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 Ich helfe dir. Ja. 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 Oh, Kopf abgeschnitten. Hey, das ist eine Axt. Nein. Ein Leuchteg-Axt. Okay, ein Ball. Tut mir leid. Was ist mit dir passiert? Lass mich die Tür wieder aufmachen. Oh Gott, bin ich schlecht. Und Aufstieg. Ein bisschen Alkohol hier rumliegt. Ja, ein bisschen eine Leiche hier runter. So, Energy Drink. Wollte ich nicht. Ein Luke, was will der denn? Lass mich die Insulin zu meinem Bruder Danny. Du musst Insulin zu meinem Bruder Danny bringen. Er ist... Er braucht es, er ist in Bungalow 14, bitte. Haben wir Insulin? Wir machen es einfach mal. Er gibt es uns. Ich denke ich. So viel Zucker. So Messmann oder So Messmann ist unser Haupt-Quest. Na komm. Wo ist Bungalow 14? Ach, sieh mal da! Warum habe ich den Alkohol ausgerüstet, bitte? Hast du getrunken? Ich habe Alkohol aufgenommen, aber irgendwie hat er ihn jetzt getrunken, ohne dass ich ihn ausgerüstet hatte. Jetzt kann ich nicht mehr richtig spielen. Haha. Ja, das ist lustig. Äh, Hilfe! Ach, schon wieder nüchtern, das geht ja schnell. Ja dann... Bist du? Hier. Ach hier, müssen wir lang? Ach hier. Eigentlich oben lang, sagt er mir grad. Jetzt gehen wir grad den Weg wieder zurück. Gefällt mir aber grad nicht. Na ja, noch. Ich hab dir angezeigt, wo du lang musst. Ja, das kannst du dir auch anzeigen lassen. Mir wird's nicht angezeigt. Ich hab mir an der Seite auch heute, ja. Ich glaub der da vorne liegt. Ja. Guck mal was angegangen kommt. Guck mal was angegangen kommt. Gegenbleiben! Träckste einen Arsch dritt. Och, noch ein paar Zombies. Oh. Wo bist du? Äh, wo bist du? Ich glaub nicht hier mit Zombies. Denken wir das hinterher an. Guck mal. Nee, das geht immer gar nicht. Oh, Auto. So. Haben wir eins? Hier liegt eins. Hilfen, Auto zurückfahren. Wenn ich fahre? Nein. Ich sitz hinten drauf. Darf ich fahren, bitte? Mal gucken was die jetzt erstmal will. So, wo ist rum? Bitte. Mein Freund. Er blut. Er ist blut. Kannst du uns helfen? Ach der da. Er blutet? Oh. Aber übel. Der Name ist Roger, Brüder. Und das ist meine Wäine Jess. Gott, alle wollen was. Da kommt mal der Bestimmung fest hinterher. Als ich sah, dass ein Auto verabschiedet hat, er sagte, vergiss es. Aber ich konnte das nicht. Ich konnte das nicht machen. Ich lebte mit mir selbst. Also wir stoppt, um zu sehen, ob wir uns helfen können. Der Fahrer muss in Schock oder so sein. Weil er sich selbst an uns, wie ein verrückter Mann. Ich musste ihn... Ich musste ihn töten. Aber das war Selbstverfassung. Ich war mir selbst zu retten. Du musst mir glauben. Aber du weißt was? Er hat mich von mir genommen. Shit. Ich glaube, ich habe alles, was er hatte. Rabies. Ich weiß nicht. Wer weiß. Aber kannst du hier rauskriegen? Wenn ich es beginne, dann will ich sie nicht. Zum Leuchtturm bringen. Ah ja, ist doch in der Nähe. Ich fahr rein. Wir müssen erstmal schauen, was hier noch rauskriegen ist. Wasser. Wir müssen immer noch das Insulin wegbringen. Deodorant. Und Alkohol. Noch mehr Alkohol. Lappen. Ja komm, folgen wir jetzt. What is happening here? Ach, falsche Seite. Mist. Ja. Die will uns nicht folgen. Fuck man. I don't feel too good. Richtige Seite.